so wir kommen zurück zu seiner linken und ich weiß nicht wo ich starten soll weil ich will ich weiß wo ich zuletzt war gute frage schauen was die bis aus nicht legen es legt hat er beim letzten mal schon etwas getan gut also ich würde sagen da ich noch stufe einschwert habe wurde ich mir das wasser schwert klingt vernünftig weil sonst komme ich zu nicht zur gerade jetzt kommen ja wieder durch die bildschirmübertragung die schütze ich mir das heißt jetzt zum glück nehmen wir es nicht ach ja ich muss mir noch mal bei link betrieben weil es was angucken wenn ich das mal spiele okay ich habe keine ahnung ich habe link betrieben wollten gespielt oder diese dieser welt sehr ähnlich ja ich habe gehört dass es passt ja eigentlich sein soll aber ich habe das gefühl dass es eher so eine parallelwelt dazu ist also eine andere zeitlinie das ist so mein eindruck bisher gewesen keine vorsitzung so eine alternative zeitlinie und ich habe im internet handbücher zu selda 12 und diesem hier gefunden okay bei dem ersten beiden gibt es halt auch die variante hat wie es wirklich als handbuch dabei lag nur halt in englisch ich habe die deutsche version da würde es mich mal interessieren ob es da unterschiede gibt zwischen englisch und deutscher weil du hast ja ja ich könnte dir die zeigen auch nicht weil wenn du jetzt zum beispiel guckst im internet nach nis classic mini kannst du ja bei der nintendo webseite ja infos dazu finden und die bieten dort pdfs an von den original handbüchern der spiele die dabei waren aber halten englisch ja also da habe ich zum beispiel mir das von megawand x angeguckt fand ich für mich gesehen so äußerst interessant auch wenn das jetzt ein off thema ist aber egal wenn die große zerstörung naht wird ein held kommen der drei amulette trägt er wird das schwer ziehen können denn er ist ein nachfahre der tapferen ritter so jetzt habe ich das schwert steve ich bin es der hasrallah ich kann es kaum glauben dass du tatsächlich das master schwert errungen hast ich glaube dass du mit diesem glänzenden schwert die böse macht des zauberers niederschmettern kannst versteckt sei dieses landes liegt in deinen händen ich habe vertrauen in dich doch schnell steve hilfe die burg waren dringend in die kathedrale ein okay ich komme von woanders her also elix sind echt unschön ja ich weiß aber auch nicht warum die bildschirmübertragung dazu zu viele lecks vorausachten das war doch früher nicht so oder früher nicht und ich habe auch nur ein bildschirm aktiviert aktuell weißt du und ich habe jetzt außer captain sie ja skype puras war schweiz nein doch nicht war sonst nichts offen also ich habe auch google chrome geschlossen ja wie gesagt daran nichts nicht es liegt halt wirklich allein an der skype übertragung schräg schrägte scott übertragung würde es ja nicht besser ich weiß nicht warum die in letzter zeit so viel leistung gefressen ist das irgendwie ist das nicht nur bei mir so ne 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 das ist bei mir ja auch so ok deswegen mache ich ja sowas wie mega mega plus per stream ja weil ich habe jetzt auch nicht lust dass er stream zu machen so war ich hier schon mal nein jetzt war doch dann habe ich wieder ein herz mehr war schön dass ich was neues habe fluchte 1 ach ja jetzt mit einschlag tot schön und meine reichweite steuer zu sein ja das macht das spät ist ein bisschen größer du hast auch noch diese fernkämpfer teckel so heute verlag hier hast ja das ist mir bekannt und da ist wieder in der bombe ich glaube das kann ich noch nicht geben oder übrigens bist du in der kathedrale gerade vorbeigelaufen finden fällt dass du da ein gutes muss ich nicht ins schloss ich meine sie hat gesagt kathedrale und soja aber ich glaube ich kann auch gleich direkt ein schloss war theoretisch schon ja aber wenn du die story komplett erleben möchtest dazu dass die mitte kathedrale geht ja ich schade dass mein prinzipien aber das würde jetzt einfach zum schloss rennen so und jetzt habe ich dir die fernkampf angriff der ist allerdings nur so schwer stark wie das normale level 1 steht ja das hast du mir glaube ich schon mehr was erzählt als wir mal eine gewisse anderes letztlich angeguckt haben das weiß ich gar nicht mehr sie wie du kommst eine sekunde zu spät ich konnte es nicht verhindern selja die soldaten haben sie entführt sie macht sie ganz oben in den burgturm du musst sie finden bevor der zelber seine magie gegen sie anwendet bitte du bist unsere einzige hoffnung boah alter leckte mich doch am sack ja auch diese lecks nerven ich mache mal kurz aufnahme pause so ich habe mal einstellen umgestellt ich hoffe dass jetzt weniger leckt obwohl ich schon wieder so ein komisches klistern höre so ist es für mich ich dachte eigentlich das war ingame bis dann aber gut gerade geht's gucken wir mal wie es bleibt ich habe ja schon viel herzen ich bin froh wenn ich später mit dem vogel holen kann ja du kennst du mittlerweile durch die uren immer seien eigentlich alle items nein nicht wirklich ich habe die vorteilende meister nie vollständig komplett durchgeguckt habe immer wieder mal was anderes gemacht zwischendrin ich habe zum beispiel keine ahnung wie ich die flöte zum beispiel ausbrüttel an der stelle oder wo genau sie liegt habe ich auch wieder vergessen hast du eigentlich vom besagten bestellen die letzten parts gesehen oder noch nicht nein ok also ich noch darauf hoffen dabei zu sein ja natürlich ich wollte ja noch von dir an auf der ein spezieller fände okay also bevor der nicht da ist wenn der hat ja in letzter zeit sehr viel zu tun aber wenn er mal wieder online sein sollte für eine zeit dafür wird und du auch dann machen wir weiter ich gehe mal hier lang ich merke so leichtere lecks aber nicht mehr so eine ekelhaften die da machen oder so ok ja mein rechner wird nicht besser ja das ist korrekt ob ich glaube halt einfach nicht dass es am rechner nicht ich glaube das ist ein skype licht oder allgemein eine funktion der bildschirmübertragung weil das war ja vorher nicht so nicht mal wenn im stream zum beispiel geht es ja ohne probleme naja weiß nicht ob das funktionen problem ist stimmt eigentlich ach dann halt so wird der 1 schwert stärke sich dass du das aber so schnell treffen kannst du es trotzdem ziemlich gut merkt die krassen unterschiede plus wenn wir gegner wirklich viel hp haben und du dann sehr starker schwert bist ja ja natürlich komm her schön dass du gehorchst den hund könnte ich sie auch fangen glaube ich oder hast du schnelles flaschen voll mit vielen ein anderes heißt ich glaube nicht nein ja ich könnte wieder fangen zwei lehrer flaschen hast du auf jeden fall ja toll so am arsch ich habe mich gerade habe ich mich beschäftigt gestellt das kann ich ja mal kurz nachgucken nein hast du nicht dann hole ich das mal kurz nach fertig okay so viel zeit muss sein hm sonst können skypegeräusche ganz nervig sein ja vor allem wenn eine gewisse katze einen anschreibt das ist bei dir katze da kommt mal hin und wieder vorne ja gut bei mir kommt es auch hin und wieder vor wenn wenn ich ein skypegeräusch habe ist es mittlerweile zu 90 prozent schmacki ok ja immer dieser schmacki wow das ist halt der newsfeed der schmacki ok ich werde täglich mit news informiert alle paar äh minuten oder stunden gibt es eine neue news falls meine infos stimmen geht das turnier noch bis März bei super ok das stimmt super ich weiß nicht ob ich die letzte fall geguckt ich glaube noch nicht aber ich muss ja ich muss ja sagen super ist momentan richtig cool geworden also das heißt wieder erstmalig richtig cool geworden seit sechs wochen oder so kann man super ja tatsächlich als guten anime bezeichnen auf jeden fall ist das mit dem turnier ja nicht zu ende heißt es sondern irgendwie praktisch eine art aufheizen ich habe schon so meine vermutungen angestellt ich habe die auch manchmal geschrieben wie das jetzt weitergehen wird in super ok soll ich dir sagen ähm hör gut zu steve selbst mit dem master schwert kannst du den zauberer nicht bezwingen finde einen weg seine böse magie auf ihn zurück zu schreitern ach guck mal an sachen die wolf einfach immer geblockt hatte wenn man halt immer so dinge durchliest dann kriegt man auch den entsprechenden tipps die man braucht ich weiß ja auch nicht warum man das als blindspieler nicht liest tja das verstehe ich halt auch nicht genauso wenig wie die tatsache dass man auf die historie überhaupt gar nicht eingehen als blindspieler ja und ich finde die optik gut sie ist nicht realistisch ne so wie ich ja wie du mir dann erklärt hattest ich meine sieht man auch ganz gut an den fenstern hier links ja aber ich finde sie ist gut gemacht so dass du alles siehst ja das ist das was ich dann meine mit ich finde sie perfekt ich finde sie halt sehr praktisch sie ist so gestaltet dass man halt sagen kann ja man erkennt alles und das ist das wichtigste an dem ganzen sachen du sollst ja nicht du sollst ja nicht sie muss ja nicht unbedingt korrekt sein weil wenn du korrekt wäre dann würdest du fast nichts sehen ja und ich finde das was man sieht man naja wenn es korrekt sein sollte sein müsste müsste man ein 3d spiel haben wenn es vernünftig ist und ich war ja ja und ich mag halt mehr die 2d sind ich mag halt beides so ein bisschen spielstil ja verurtele ich dich auch nicht aber das hat jetzt übrigens noch nicht meine frage beantwortet von vorhin ähm 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 ja es könnte sein dass es darauf hinaus läuft aber äh erst einmal ich glaube alle Universen fliegen raus außer halt äh Goku also vielleicht Universen 6 überlebt vielleicht mit keine ahnung zwei kämpfern oder sowas ähm und dann kommt halt sind halt noch was ich gucke wie geht da und fris oder in und in Universen 7 die anderen fliegen dann irgendwann durch irgendwas raus und und oh la la steve schön dass du gekommen bist ich habe auf dich gewartet endlich kann ich selber vor deinen augen verschwinden lassen sie genau hin doch siehst du sie in ihrer angst anmut aber nicht mehr lange kleiner der nächste auf mich gewartet damit ich sehe du bist so ein arschloch na bitte damit ist das siegel der sieben weisen endlich gebrochen haha nun wird es nicht mehr lange dauern bis das böse in hyrule seinen einzug hält nicht einmal der held der legende kann uns jetzt noch aufhalten denn hahaha die golder macht es mit uns hahaha machs gut kleiner ja ja oh la la du möchtest mich zu einer der herausfordern nicht jeweils das gut ähm und halt dieses die die drei typen aus diesem einen heldenuniversum also Dyspo, Toppo und Jiren werden glaube ich auch noch mit drin sein und äh die werden halt dann so sein dass Goku gegen Jiren, Toppo gegen Vegeta und Dyspo gegen Frieza kämpfen dann wird ähm die Turnierzeit fast zu Ende sein und eventuell wird oder wird nicht äh alle von denen besiegt es kann auch sein dass es einfach so passiert dass praktisch nur einer von den dreien erledigt wird und am Ende Universum 7 mit drei Kämpfern im Rennen gewinnen ja und ähm nachdem das gewonnen wird wenn alle anderen Universen erst ausgelöscht wie halt schon vorausgesagt und die wünschen sich mit den Super Dragon Balls dass alle Universen wieder hergestellt werden das allerdings äh pisst ähm die Engel und die äh und und halt Ohlala das war einem Helden würdig aber so stelle ich mich nicht auf Achtung ich werde dich nun in die Schattenwelt verwandeln Ha Ja jedenfalls dass dann praktisch äh Seno und die Engel angepisst werden und dann eher der Kampf gegen die geht bis Seno dann kapiert dass das Leben vielleicht doch wertvoll ist Hm Steven kannst du mich hören ich bin der Sahasralla wer zu dir spricht Der Ort an dem du jetzt stehst war einst das Goldene Land Doch nun ist es die Schattenwelt in der das Böse regiert Der Zauberer scheint das Siegel der Weißen gebrochen zu haben Damit schuf er am Eingang der Burg eine Verbindung durch die das Böse der Schattenwelt in die Lichtwelt einringen kann Nur wenn die goldene Macht zurückgewonnen hat äh nur wenn die goldene Macht zurückgewonnen wird ist die Lichtwelt gerettet Auch musst du sie im Mädchen befreien Sie sind Nachfahren der sieben Weisen Ihre ererbten Kräfte werden dir bestimmt helfen Sie werden in den Verließen der Schattenwelt festgehalten Gehe zuallererst zum Palast der Dunkelheit Du bist die einzige Hoffnung erfülle den Wunsch eines alten Mannes Bitte Und in einem der Hefte zu spielen habe ich auch gesehen bei Zelda 2 ne Ist halt ja auch so die Orte drin und so in dem Heft Mhm Und einiges was halt wissenswert ist Wo dann halt zum Beispiel nicht gesagt werden kann man kriegt ja die Info nicht Ja man kriegt die Info nicht wenn man das Buch nicht hat So und du wolltest ja gerade noch was sagen wegen Engeln und so die dann ausrasten wegen der Wiederbelebung Und dann äh eventuell das Verstehen dann hinterher Ja genau also Goku und die ganze Also nachdem praktisch die Universum wiederhergestellt werden ähm schließen sich zusammen gegen die Engel Und dann beginnt halt so ein Krieg wo die Engel gegen die Turnierteilnehmer kämpfen Und äh Seno halt Und am Ende wird halt praktisch äh werden halt praktisch die Engel und Seno besiegt Hauptsächlich halt von Jiren, Vegeta und Zongoku Und äh durch diese Durch diesen Sieg Äh Merkt halt Seno dass das Leben für die Person tatsächlich recht wichtig ist und und überdenkt sein Handeln Dass er einfach so ohne Grund Dinge auslöscht Und ähm Ja eventuell passiert es ja tatsächlich dass sich dann Seno fusioniert Zu Mister Popo wird und die Vergangenheit reist um die Menschheit zu erforschen Ich glaube ein letzteres wird nicht passieren Ja das kann ich mir auch vorstellen dass es nicht passiert aber sehr cool Es würde einiges erklären es würde den tausend jahre ring erklären Es würde äh erklären warum Mister Popo selbst mit Super Saiyajins mithalten kann ohne Probleme Daher ohne Probleme ist übertrieben aber er hielt gut mit dafür dass er bei Saiyajin sage nicht viel machen konnte Und die Kiste definitiv stärker als die Saiyajins damals Naja er hat äh gegen Trunks und Son Goten im Super Saiyajin Geschwindigkeitstechnisch mithalten können und er konnte ihre Schläge abblocken ohne dass er auch nur ins Schwitzen geraten ist Also ich denke schon dass er mithalten konnte vernünftig Ähm das einstunden Special hat er gesehen glaube ich ne Ein schönes Special? Wo zwei Folgen in einem gezeigt wurden Äh ist das das Wojiren zu Goku oder? Ja Ja das habe ich gesehen Gut und dort war ja der Ultra Instinkt und Ja den Mister Popo ja schon zu Goku damals beibringen wollte Genau Ja Auch schön das hat das dadurch zu sich so was neues ausgelacht haben ne Mhm So was ist denn hier eigentlich noch mal drin gewesen Ein äh verwandter Baum Kann ich dir irgendwie helfen? Hallo Fremder suchst du nach der goldenen Macht dann bist du zu spät Sieh euch nur dem der sie als erster berührt und der hat diese Welt erschaffen Als Spiegelbild seiner dunklen Seele Oh ja Auch ich suchte eins nach der goldenen Macht Und sieh was aus mir und allen anderen geworden ist Nur wer den jetzigen Beherrscher dieser Macht bezwingen kann wird diese Welt erlösen Der Beswinger erhält dann die goldene Macht So lange wäre er nicht so herumlaufen müssen Es ist unglaublich Was uns unsere Vorfahren hier hinterlassen haben Triforce Goldene Macht Und hier ist glaube ich das erstmal das ist dann Auch in einer deutschen Sprache dann als Triforce erwähnt wird ne Naja zumindest ingame Ja mancher ingame In den Heften wird es glaube ich schon im ersten Teil erwähnt Weil sonst sagt die hier immer goldene Macht Ja das sagen sie in äh In der linktue sie passt ganz gerne Solange sie hier nicht mit goldene Freezer anfangen Oder der goldene Baron Ich stell mir das witzig vor Freezer hat nicht trainiert um die goldene Form zu verlangen Sondern hat sich Triforce gesammelt Hehehe Jey Okay Falsch Gebe ich mal alles Iiii Schenkst mir die Robine hier hast du sie Iiii 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 Seil so nett Iiii 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 Ich wurs für mich nicht mehr die Summe ich hatte 50 waren es oder 80 Iiii Iiii and wei den ersten dungeon in der goldenen schwegstrich schattenwett Ja, es heißt eigentlich Goldenes Land, aber es ist die Schattenwelt geworden, nachdem ich gerne das Twelfers borriert hatte, das ist korrekt. Wurde ja auch eben erwähnt. So, Schlüssel Main. Schädel Dein. Wieder nach oben. Das macht übrigens recht viel Spaß bei dem neuen Randomizer. Es gibt jetzt seit kurzem eine neue Version von dem Randomizer. Okay. Und da gibt es einen neuen Modus und der heißt... Äh... Key Sanity, genau. Also Schlüsselwahnsinn. Okay. Und das Coole an Key Sanity ist halt einfach... Dadurch sind halt wirklich... Es ist halt wirklich jede Truhe interessant. Vorher war es so, dass die Schlüssel für die verschiedenen Dungeons halt in den Dungeons drin waren. Ach so das, wo dann halt die Dungeons... Ah ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Dass die Schlüssel halt überall sein könnten. Genau. Und... Äh... Dadurch sind... Kann halt in den Dungeons auch entsprechend überall Items drin sein. Weil vorher war es halt so... Du hast... Du hast geguckt in deinem Menü und hast gesehen... Okay, sind noch zwei Kisten übrig. Und... Äh... Ich habe die Karte und den Kompass noch nicht, also ist da eh nichts nützliches mehr zu finden. Scheiße. Nein, nicht Bombe. Ja, in einer Tasche auch. Wir werden nicht. Ich wollte das Netz haben. Geh, war jetzt... Das ist ja auch den Einschönen in seinem Blitzmodus da geschlagen. Gestern, glaube ich. Ja... Es ist mir eigentlich relativ egal, wie ich die angreife, weil... Mir ist es eigentlich nur wichtig, dass ich schnell vorankomme. Naja... Was ich aber auch in Bessing kriegen können, gerade. Wow. Das ist alles Übung. Wow. Das ist alles Übung. Schade, dass die links und rechts keine Risse sind. Naja, rechts ist ja kein Riss. Links ist ein Riss, den hat ja ein Wolf entdeckt. Die Linken. Ach ja. Meins. Verdammter, ne. Ich mag die Roten nicht, die bekämpfe ich im Allgemeinen noch gar nicht. Hm, ich habe keine Ahnung warum. Stirb. So, was war denn hier drin? Achso, Bonusraum. So, ich habe ja noch Platz für eine Fee. So, die heilt mich. Ne, ich habe den Hammer noch nicht. Okay. Dann kriege ich ihn hier in dem Dungeon. Darf ich dir einen kleinen Tipp geben? Nein. Okay. Äh, ich sehe aber gerade, ich sollte mal cutten. Ja. Dann, äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao.